jo leute was geht ab herzlich willkommen zurück bei dänema ich mach mal wieder nach einer längeren zeit ein scribble video ob ich dieses allerdings in serie produzieren werde weiß ich nicht also so zb der gita 5 taxifahrer zum beispiel den ich ja vor produziert habe halt also ich meine vor produziert und dann immer hochlade weiß ich nicht wahrscheinlich nicht wie gesagt weiß ich jetzt gerade nicht ich mache jetzt nur gerade einfach dieses video weil ich mal bock habe wieder scribble.io aufzunehmen und irgendwie jetzt gerade nicht wirklich bock habe auf ein projekt weil ich jetzt gerade am zehnten dritten 2023 8 uhr 6 kopfweh habe und deshalb nicht gerade ja da möchte ich ja sowas kleineres machen wie das eben in der seiner tag heute denn heute kommen zwei videos also was heißt ein video und stream es ist freitag und da mache ich den talk also das möchte ich jetzt schon mal kurz sagen so eine kleine mini ankündigung der talk am freitag kommt nämlich heute nicht wie üblich am abend sondern nachdem dieses video hochgeladen ist und das wird nicht unbedingt nicht lange sein also es kann ungefähr sein zu gegen 9 uhr morgens aber ok natürlich warum sage ich das hier wenn ich wenn das video hochgeladen ist und ich dann live bin wird man sich wahrscheinlich sehr erst ins team gucken und dann dieses video hier aber ja aber mehr gelabere mehr gelabere dann später dann im stream jetzt scribble.io ja ich habe ich heiße es hier auch den immer nicht denn 2 1 8 habe ich gerade eben von der sekunde geändert ich würde sagen werbung sehr und äh hä ok ich brauche ich brauche viel mehr Adblocker das ist ja bescheuert oh nein ich kann das Wort nicht eingeben warum es ist Wand ich kann das W nicht eingeben weil meine W-Taste kaputt ist nice und ja meine W-Taste ist kaputt nur mal so nebenbei also das wird schwierig ich kann nichts eingeben wo man ein W braucht nice okay äh scheiße wie heißt das äh danke eine Pflaume es ist eine Pflaume das konnte ich jetzt eingeben aber ja sehr problematisch ich meine die Sache mit dem W ganz ansonsten muss ich mir wirklich irgendwann ähm mir für den Laptop so eine USB-Stecker Dings einbauen also also einfach so mir kaufen und das einstecken dass ich dann mehr Kabel verfügbar habe ja für meine Maus ich benutze meinen Laptop nur mit Maus weil dieses komische Touch-Dings hier dreck ich überhaupt nicht durch und dann für meine Kopfhörer die USB benötigen und dann am besten auch noch für die Ventilatoren für das Brett unten drunter dass der Laptop sich nicht überhitzt Instagram und dann wahrscheinlich und dann müsste ich mir hier ein Brett hinmachen mit meiner alten PC-Tastatur dass ich dass ich wenigstens noch tippen kann weil ich kann nicht richtig tippen wie gesagt jedes Wort mit W kann ich nicht tippen womit mir aufgefallen ist wie viele Wörter ein W haben drei Buchstaben Junge was ist das Junge die heißt wie mein Ex aber kann nicht zeichnen Alter wie noch was was ich schreibe jetzt mal tot es ist nicht tot es ist eine Fee Junge ich mein ich mein okay okay aber ganz im Ernst das sieht ich kann es nicht beschreiben wie irgendwas keine Ahnung ja ich darf gleich an Tod weil Engel Scheiße Scheiße fuck 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 yo vis 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 soli Die Komm Ich habe es einfach hingeschrieben Was ist das Ich meine Nichts davon war wirklich gut Voll Glanz Was ist das Warum bekomme ich sowas Sinn Du musst was zeichnen Das ist der Sinn Okay Das ist einfach Eine Zahl Guck Sowas zum Beispiel Das ist einfach wie noch was Einfach Zahl Ja da kannst du Zahlen hinschreiben Aber wie machst du bitte schon Feuerfest Oder Oder zum Beispiel Voll Okay Feuerfest Okay das ne Das ist Ne Wie machst du sowas wie Feuerfest Oder Voll Oder Glanz Und du hast ja nur Ein Zeitlimit Ne da oben Da ist eine Uhr So viel Zeit hast du Das ist ungefähr 80 Sekunden Ich darf mich eigentlich nicht auf Nicht schon wieder aufregen Weil das nicht gut für meinen Körper ist Da habe ich mich eh schon den ganzen Tag Wegen irgendwelcher Scheiße aufrege Allein schon heute Morgen Äh Ah Lesezeichen Es ist ein Lesezeichen Ich habe ungefähr Ich habe geschätzt ungefähr 1000 Lesezeichen Natürlich nicht auf Ähm Buch Sondern Und alles nur für Roblox Heißt 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 ehrlich gesagt Angst, wenn ich dran bin. Einfach nur aus dem Grund, weil ich nicht wieder auf sowas Bock hab. Ich mach es übrigens letzte Runde nochmal so. Leider immer noch ungestütten, weil ich nicht weiß, was ich schneiden soll. Weil es heißt, dass ich immer ja, das alles, was nicht gut ist, rausschneiden. Ja, also das Anfang und das Ende. Ein Eimer. Guck, sowas zum Beispiel ist wieder einfach. Ein Eimer. Das kann man leicht zeichnen. Und weh ich, und weh weh ich bekomme wieder irgendwas schweres. Wer? Ich schreibe jetzt erstmal ein ähm schwieriger Name. He? 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 Was ist das? Mais! Das ist wie auch um das andere... Oh mein Gott, warte, 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 kann ich, kann ich? Ich hab'n W! Weil da hat gerade einer irgendwas mit W geschrieben. Hab' ich einfach kopiert. Okay. Äh, das sieht aus wie Pinocchio. Ich weiß es aber nicht. So schreibt man... Äh, wie schreibt man... Ah, so schreibt man es. Pinocchio. Auch das ist tatsächlich einfach. Du malst einfach eine Person mit einer langen Nase. Die Musik ist wirklich genau. Vielen Dank. Etwas Rundes. Ein Fleck. Oder was ist das? Jürgen und Danket. Es ist keine Schildkröte. Der Junge zeigt nur noch gescheit, Alter. Was ist das? Ich meine, okay, bei mir kommt bestimmt auch nichts besser. Bei mir kommt bestimmt auch nichts wieder Besseres, ne? Oh, doch! Geil! Ich komme nicht an die Farben dran. Ja, ich komme hier nicht an die Farben. Die sind da unten. Jetzt. Junge, okay, warte, 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 warte. Ich hätte vielleicht... Ja, ich habe aber auch nicht mal so viel Zeit, ne? Ja, ich weiß, ich bin auch nicht gerade besser, aber ich gebe mir wenigstens noch ein bisschen Mühe. Ich weiß, die Erde sieht scheiße aus, aber es geht ja nicht um die Erde, es geht um den verfickten Erdkern. Aber die Leute haben es. Das ist doch das Wichtigste. Das ist doch das Wichtigste. Ja? Okay, ich hätte vielleicht zuerst runterscreen sollen und dann alles nehmen. Ne? Okay. Kopfhörer. Easy. Hat jeder? Runde zwei. Äh. Schwierige Aufnahme. Ich habe gesagt, ich mache zwei Runden. Weil es sonst zu lang gehen würde. Ja, das war jetzt ein bisschen schwierig. Also, von der Art her. Ne? Also das erste war ja richtig schwer. Da wurden mir irgendwelche Sachen gezeigt, die ich vorgestellt habe. Überhaupt nicht machen kann. Wie soll man bitte ein Feuer festmachen? Oder Glanz? Oder voll? Das zweite war jetzt wirklich einfacher. Klar, es sah nicht gut aus. Okay. Es muss ja auch keine Top-Kunst sein. Aber wenigstens ein bisschen Mühe geben kann man sich schon. Ich meine, okay, ich komme nicht an die Farben ran. Trotzdem jedenfalls, ja, war das jetzt ein Video. Von Skriple.io. Ja, also da würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr euch dieses Video gefallen habt, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Zeigt dieses Video auch ihren Freunden, Bekannten oder sonst irgendwas. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal in... später bei einem Livestream. Der heute ein bisschen früher kommt. Aber vielleicht interessant? Ich weiß es nicht. Lol. Also auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal.